Ein Lied von Credence Clearwater Revival. Wer es noch kennt. Wenn ich das meinen Schülern sage, wir spielen jetzt von CCI ein Lied, ich schaue mich ziemlich groß an. Gesundheit. Gesundheit. Neuzeit. Schauen dabei recht groß um Frage. John Fogarty hat das geschrieben, das wissen die wenigsten, aber sie sind so wurscht. Bei mir nicht. Nein, so nicht. 1 2 2 3 Wir sind 4 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui! All right! Ui! Ui! Lufu! 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 Jawoll! Lufu! 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 Auf meiner rechten Seite Mein Musikprofessor, Doktor, Doktor, Doktor Gerdhausen. Das war Doktor Zweeney. Und in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des hohen Alters mittlerweile angekommen. Danke, Stowi! Dankeschön.